Hallo Leute hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zu Call of Duty Black Ops 4 Zombies und zwar geht es in diesem Video um das E-Sec Tutorial zu der Zombikarte Voyage of the Spare und zwar wollt ihr euch in diesem Video zeigen wie ihr das komplette E-Sec im Solo und auch im Koop machen könnt bevor ich jetzt aber mit dem ersten Schritt anfange will ich nochmal gesagt haben dass es ziemlich sinnvoll ist den Zepter von Ra mitzunehmen als die Spezialwaffe denn die ist für einen Schritt im E-Sec ziemlich hilfreich und vor allem kann man ja mit dem Zepter von Ra andere wiederbeleben und ich würde sagen wir fangen jetzt mal mit dem ersten Schritt an und der erste Schritt der ist eigentlich wie bei jeder anderen Chaos Zombie Storyline Karte so dass man als erstes mal das Relikt aktivieren muss das befindet sich auf der anderen Seite vom Schiff also ihr müsst ja erstmal durchlaufen, durchkaufen und dann eben das Relikt einmal aktivieren und danach wenn ihr das Relikt aktiviert habt müsst ihr nochmal Packer Punch aktivieren das heißt ihr müsst die vier Altare einmal aktivieren die sich auf der Karte befinden ich habe das Ganze auch schon mal detailliert in einem anderen Video erklärt das Video findet ihr natürlich in der Beschreibung verlinkt daraufhin kommen wir auch schon zu dem ersten richtigen Easter Egg Schritt denn jetzt ist es so dass ihr eben vier Uhren finden müsst bei denen sich jetzt die Uhr verstellt hat denn neben diesen Uhren wo eben eine Uhrzeit angezeigt wird befindet sich ein Symbol und ihr müsst eben euch die Uhrzeit notieren und eben auch das passende Symbol dazu ich werde euch jetzt aber erstmal alle Spots zeigen denn es gibt sechs verschiedene Orte auf der Karte wo eben eine Uhr sich befinden kann und eben daneben das Symbol aber in eurem Spiel ist denn jetzt nur an vier verschiedenen Uhren jetzt eine Uhrzeit eingestellt der erste Spot von dieser Uhr der befindet sich dann bei der großen Treppe und zwar ganz oben wenn ihr da eben nach oben lauft dann seht ihr dort auch schon die Uhr an der Wand und hier war es nämlich so dass bei mir im Game ich will das Ganze auch anhand von meinem Beispiel euch ein bisschen zeigen dass da nämlich eine Uhrzeit angezeigt wurde und zwar eben 10.45 Uhr oder 22.45 Uhr je nachdem wie man das Ganze sehen will aber sagen wir jetzt mal 10.45 Uhr und wichtig ist hierbei noch zu sagen dass das Ganze hier ein bisschen komisch angezeigt wird denn eigentlich 10.45 Uhr da wäre der Zeiger ja schon fast auf der 23 aber hier wird das Ganze ein bisschen komisch angezeigt ihr müsst euch dann wirklich wie gesagt auch das notieren was dort jetzt nämlich auch dort steht also eben da wo der kleine Zeiger drauf zeigt das ist jetzt hier im Fall die 10 das müsst ihr euch merken und wo eben der große Zeiger drauf zeigt das ist nämlich hier im Fall die 55 und das müsst ihr euch merken also hier bei mir im Beispiel 10.55 Uhr auch wenn der reale Uhr das Ganze ein bisschen anders anzeigen würde das Symbol das findet ihr auch nicht weit entfernt und zwar wenn ihr dann noch die letzte Treppe nach oben lauft auf der linken Seite da befindet sich oben dann das Symbol und das war bei mir eben das Dreieck das nach oben anzeigt deshalb musste ich mir jetzt das Dreieck nach oben notieren und die Uhrzeit 10.45 Uhr und ihr müsst euch natürlich das notieren was bei euch angezeigt wird beziehungsweise wenn bei euch nichts angezeigt wird dann gibt es ja jetzt noch die anderen Spots und zwar der nächste Ort der befindet sich dann in der Poststelle das ist dann beim Anfangsraum direkt unten drunter und zwar befindet sich hier dann die Uhr und das Zeichen das befindet sich dann hinter der Treppe wo man wieder nach oben gehen kann dort dahinter an der Wand da seht ihr das Ganze auch hier bei mir war es aber diesmal hier so dass eben kein Zeichen angezeigt wurde unter der Treppe deswegen musste mir auch hier die Uhrzeit dann nicht notieren daraufhin die nächste Uhr die befindet sich dann in der Brücke oben dort wo es eben auch das Schiffsrad befindet und zwar befindet sich dann hier die Uhr und das Zeichen das befindet sich eigentlich auch in dem selben Raum aber unter einem Schreibtisch ein bisschen versteckt das seht ihr dann hier bei mir war aber diesmal das Zeichen da deswegen musste mir auch hier die Uhrzeit notieren und zwar war es hier in dem Beispiel 14.45 Uhr und das Zeichen mit dem Dreieck nach oben und dem Strich durch daraufhin der vierte Spot der befindet sich dann bei dem Zeus-Perk und zwar befindet sich da so eine kleine Uhr über den Kamin und zwar ist dann auch das Zeichen rechts daneben dort wo man eigentlich nicht hingelangt an der Wand dort schießt sie auch gerade hin dort kann sich nämlich das Zeichen befinden hier hat sie bei mir wieder kein Zeichen befunden deswegen musste mir auch hier die Uhrzeit nicht notieren und daraufhin der fünfte Spot der befindet sich dann in der Küche und zwar befindet sich hier die Uhr an der Stelle und das Zeichen das befindet sich dann auch nicht weit weg von der Uhr und zwar an den einen Küchengerät hier und zwar musste ich mir hier auch wieder die Uhrzeit notieren und zwar 14.50 Uhr und eben das Zeichen mit dem Dreieck nach unten zeigend und der letzte Uhrenspot der befindet sich auf der anderen Seite vom Anfangsraum und zwar auf der hinteren Seite beim Maschinenraum wenn man da die Treppe nach unten geht dort an der zweiten Treppe die nach unten führt da befindet sich dann auch die Uhr und wenn ihr dort euch wieder umdreht hinter der Treppe oder rechts neben der Treppe wenn man wieder nach oben gehen kann da befindet sich dann auch der Zeichenspot da war es nämlich dann auch wieder bei mir der Fall so und da war eben dann die Uhrzeit 22.50 Uhr oder 10.50 Uhr wenn ihr jetzt alle Spots abgelaufen seid und euch eure vier Zeichen und das Zeichen dazu eben notiert habt dann könnt ihr das Ganze jetzt auch eingeben und zwar ist es hier so dass es eben drei Orte gibt an denen ihr das Zeichen eben eingeben müsst und zwar ist es so jetzt dass ihr auf der Maschinenraumseite eben die Stunden eingeben müsst und bei der Brücke oben die Minuten das werde ich jetzt aber nochmal genauer erklären denn ihr könnt jetzt nämlich nach unten zum Maschinenraum gehen denn dort unten befinden sich jetzt so Hebel oder Schalter wo man eben was einstellen kann die seht ihr jetzt auch hier und zwar befinden sich da zwei Stück die noch funktionieren einmal auf der linken Seite das untere und auf der rechten Seite das obere und das linke untere müsst ihr eben mit dem Dreieck nach oben einstellen also die passende Uhrzeit dazu oder eher gesagt die Stunden wie ich gerade eben schon gesagt habe und das rechte obere da müsst ihr das Dreieck nach unten einstellen das heißt bei mir im Fall habe ich jetzt auf der linken Seite bei dem unteren eben jetzt die Zeit 10 eingestellt das heißt ich habe den Zeiger zweimal nach links gestellt von der Mitte aus und bei dem rechten da hatte ich ja dann die Zeit 14 oder 2 Uhr da habe ich den Zeiger zweimal nach rechts gedreht so und jetzt wenn ihr das Ganze unten eingestellt habt dann müsst ihr jetzt nun nach oben gehen und zwar dort wo sich das Relikt befunden hat denn dort gibt es jetzt auch nochmal zwei Stück wo ihr das Ganze einstellen könnt einmal rechts da müsst ihr jetzt nun das Dreieck was nach unten zeigt einstellen also die Uhrzeit dazu passend und auf der linken Seite natürlich das Dreieck nach oben zeigend auch wieder mit dem Strich durch das heißt bei dem rechten Gerät habe ich 10 Uhr eingestellt und bei dem linken habe ich dann natürlich 2 Uhr eingestellt weil die Uhrzeit eben bei mir dort 14 Uhr oder 2 Uhr angezeigt hat so und wenn ihr jetzt nämlich auf der Seite die Stunden eingestellt habt müsst ihr natürlich jetzt auf der anderen Seite die Minuten einstellen und zwar müsst ihr hierzu jetzt zu der Brücke hingehen da ist das Ganze ein bisschen einfacher denn da befinden sich die ganzen vier Steuer oder die ganzen Geräte in einer Reihe und rechts von diesen Geräten befindet sich immer das passende Zeichen dazu das heißt ihr müsst nun das Zeichen anschauen und eben die passende Uhrzeit dazu einstellen das werde ich jetzt ein bisschen schneller ablaufen lassen weil das ist ja ziemlich von selbst erklärend so und wenn ihr jetzt dann auf der Seite die Minuten eingestellt habt und die alle auch wirklich passen und auch die Stunden auf der anderen Seite passen dann sollte eben dieses Geräusch hier klingen und das sagt euch einfach dass ihr diesen Schritt richtig gemacht habt somit kommen wir jetzt dann eigentlich auch schon zu dem nächsten Schritt und zwar müsst ihr jetzt nun 6 Steckdosen finden und an 4 von diesen 6 Steckdosen ist es so dass jetzt irgendein Element herauskommt also da kommt entweder Lava raus für die Feuerkarte des Zombies dann entweder Wasser kommt heraus ein Blitz kommt heraus oder eben auch irgendwie Säure also es gibt von diesen 6 Steckdosen 4 Stück wo eins von diesen Elementen herauskommt und die müsst ihr jetzt finden ich werde euch natürlich erstmal die Position von diesen zeigen und zwar gibt es eine Position beim 8er Deck das ist dort in der Nähe wo sie das Relikt befindet und zwar hinter einer Zombie Barriere ist auch die erste Steckdose bei uns war es nämlich hier in dem Fall dass eben Blitz dort angezeigt wurde und daraufhin bei der großen Treppe wieder ganz oben gibt es auch wieder eine Steckdose die seht ihr dann hier bei uns war es dann eben Lava die dort angezeigt wurde danach im Speisesaal gibt es auch eine weitere Steckdose auf der linken Seite die seht ihr dann hier da kam dann eben bei uns Säure heraus daraufhin die nächste Position von der Steckdose die kann sich dann auch noch beim Maschinendeck befinden also wenn man dann nach unten läuft zum Maschinenraum oder Turbinenraum da gibt es direkt bei der ersten Treppe auf der rechten Seite die nächste Steckdose da war es dann bei uns so der Fall dass eben Wasser herausgekommen ist danach die fünfte Steckdose die befindet sich dann wenn man von dem Anfangsraum direkt in das Schiff hineinläuft auf der linken Seite in den Prunkgemachen da kann sich eine weitere Steckdose befinden und zuletzt gibt es dann noch eine letzte Steckdose und zwar beim Zeus Perk und zwar links davon an dieser kleinen Säule da kann sich dann auch die letzte Steckdose befinden wo es ja auch bei euch etwas dann herauskommen könnte wenn ihr jetzt die vier Steckdosen gefunden habt wo eben diese vier Elemente herauskommen aus den Steckdosen ist jetzt eure nächste Aufgabe bei jeder von diesen Steckdosen einen Katalyst-Zombie zu töten aber natürlich den passenden Katalyst-Zombie das heißt den Feuerkatalyst-Zombie den müsst ihr bei der Feuersteckdose töten den Blitz bei der Blitzsteckdose und so weiter und jedes Mal wenn ihr eben den richtigen da getötet habt dann ist es so dass eben so ein Symbol oder so ein Kreis auf dem Boden erscheint so ein roter und das sagt euch einfach an dass ihr das Ganze richtig gemacht habt also und wenn ihr jetzt nämlich an jeder dieser Steckdosen dieses Symbol habt beziehungsweise den passenden Katalyst-Zombie getötet habt dann kommen wir auch schon zum nächsten Schritt und zwar werde ich diesen aber jetzt nicht so unbedingt so genau erklären weil das auch ziemlich selbst erklärend ist ihr müsst jetzt eigentlich nur wissen dass ihr jetzt nun euch auf diese Symbole draufstellen müsst also alle Spieler die in einem Spiel sind müssen sie auf das Symbol draufstellen und danach einmal die Aktionstaste drücken denn danach werdet ihr in einen bestimmten Bereich teleportiert und müsst dort eben überleben deswegen rüstet euch da nochmal vorher aus und was noch wichtig zu sagen ist es gibt hier eine bestimmte Reihenfolge in denen ihr diese Symbole betreten müsst oder diese Challenges machen müsst und zwar müsst ihr zuerst durch das Poison oder durch das Giftportal gehen danach Wasser danach Elektro und danach Feuer ihr seht die Reihenfolge auch nochmal hier eingeblendet in der Reihenfolge müsst ihr durch diese Portale bei den Steckdosen gehen also da wie gesagt müssen sich alle Spieler hinstellen und dann die Aktionstaste drücken und dann werdet ihr dort automatisch hin teleportiert und wenn ihr eben die richtige Reihenfolge einhaltet und eben alle vier Challenge Runden so gesehen überlebt habt dann habt ihr auch diesen Schritt wieder geschafft bei der nächsten Aufgabe ist es jetzt nun als nächstes die Kraken euch zu holen also entweder aus der Kiste oder mit dem Gratis Easter Egg was ihr natürlich auch verlinkt in der Beschreibung findet und zwar ist es jetzt so dass ihr noch als nächstes eben von den Säure Zombies dieses Teil dafür benötigt damit ihr das Ganze upgraden könnt ihr müsst die Kraken nicht Packer punchen das ist nicht nötig ihr müsst diese einfach nur zu dem Säure oder Gift Upgrade machen also von diesen Säure Zombie so ein Teil euch abholen wenn ihr eben mit der Kraken so ein Säure Zombie abgeschossen habt dann kann es eben passieren dass so ein Teil eben spawnt und das müsst ihr aufnehmen und diese dann upgraden wenn ihr jetzt nun die Säure Kraken habt müsst ihr jetzt nun in den Turbinenraum gehen denn dort befindet sich jetzt eben an den Rohren eben neun Stellen wo Wasser heraus tropft und da müsst ihr eben genau an die Stelle hinschießen es wird euch dann auch eben ein Fadenkreuz angezeigt dass ihr das Ganze richtig gemacht habt und es gibt hier in den Raum in diesem Turbinenraum neun Stellen wo das Ganze passiert ich werde das Ganze jetzt mal unkommentiert mal ein bisschen schneller ablaufen lassen damit ihr die ganzen Stellen mal seht aber ich werde das Ganze jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit kommentieren wenn ihr auch das wieder gemacht habt dann wackelt alles ein bisschen und ihr habt dann auch diesen Schritt wieder geschafft und als nächstes müsst ihr jetzt nun das Artefakt was ihr am Anfang aufgenommen habt in den Packer Punch Automaten beim Turbinenraum platzieren sollte es der Fall sein wie bei uns dass jetzt eben der Packer Punch Automat oder die Maschine oder das Portal irgendwo anders da ist dann müsst ihr einfach nur die Runde zu Ende spielen denn dann wird der Automat oder Packer Punch automatisch zum Turbinenraum teleportiert am Anfang der nächsten Runde und ihr könnt dann dort einfach in den Packer Punch Automaten das Relikt rein tun und danach wieder aufnehmen und somit ist dann auch dieser Schritt schon wieder gemacht so und jetzt sind wir eigentlich schon fast bei dem letzten Schritt angelangt der ein bisschen komplizierter zu erklären ist beziehungsweise auch ein bisschen aufwendiger ist deswegen schaut das erstmal ein bisschen an das Ganze und macht das Ganze dann nach weil sonst versteht ihr das Ganze nicht was jetzt eigentlich abgeht beim nächsten Schritt und zwar ist es jetzt so dass auf der Karte schon von Anfang an überall solche Symbole sind die zu irgendeinem Planeten dazugehören das heißt es gibt für Merkur ein Symbol es gibt für die Sonne ein Symbol und so weiter es gibt insgesamt neun Symbole für eben neun Planeten und ihr müsst jetzt als erstes also eure erste Aufgabe ist es erstmal mit der Aktionstaste jedes einzelne Symbol einmal zu aktivieren ich werde euch erstmal die ganzen Orte zeigen wo sich diese Symbole befinden und danach kommen wir zu dem nächsten Schritt was ihr darauf folgend machen müsst und auch hier noch ein kleiner Hinweis ich werde in der Beschreibung eine kleine Liste haben wo ich nochmal drinstehen habe welches Symbol zu welchem Planeten gehört und wie dieser Planet aussieht damit ihr einfach nochmal in der Beschreibung so eine kleine Liste habt was zu was eigentlich gehört aber das werde ich auch gleich nochmal ansprechen kommen wir zu dem ersten Symbol und das befindet sich dann direkt dort wo ihr spawnt am Anfang und zwar oben dort befindet sich nämlich das Symbol von der Sonne danach das Symbol für den Merkur das befindet sich dann in dem Postraum und zwar hier nämlich direkt links an der Wand wenn ihr die Treppe nach unten lauft daraufhin das dritte Symbol ist für die Venus und das befindet sich in der Millionär Suite und zwar hier unter diesen kleinen Kästchen oder dort ein bisschen versteckt daraufhin das vierte Symbol für den Mond das befindet sich dann bei der großen Treppe und zwar beim Restaurant in der Nähe und zwar wenn ihr direkt von der Treppe nach rechts lauft an der Wand dort befindet sich dieser Mond daraufhin das fünfte Symbol das ist der Mars und der befindet sich dann im Boiler Raum oder beziehungsweise dort beim Maschinenraum auf der oberen Etage hinter dem Odin-Perk auch ein bisschen versteckt da müsst ihr euch auch hinlegen um das Ganze aktivieren zu können dann das sechste Symbol das ist dann für den Saturn und das befindet sich dann in der Brücke auch ein bisschen versteckt hier in diesem Raum drin dann der siebte Planet der Jupiter oder das Symbol dazu das befindet sich dann auch im Maschinenraum und zwar dann beim Odin-Perk selbst also direkt davor dann das vorletzte Symbol für den Neptun das befindet sich dann bei den Achterdecks und zwar auf der rechten Seite und zwar in diesen kleinen Rettungsschwimmen drin und der letzte Planet der Uranus oder das Symbol dazu das befindet sich dann in den State Rooms oder in den Gemächern hier wenn man direkt vom Anfangsraum in das Schiff hineinläuft und zwar dazwischen in diesen kleinen Baderaum oder Handtücherraum was auch immer das ist da befindet sich dann das letzte Symbol hinter der Pflanze so und wie gesagt ihr müsst jetzt erstmal die ganzen Symbole aktivieren wie ich das jetzt hier in dem Video gemacht habe und wenn ihr das gemacht habt dann müsst ihr jetzt nun zu dem Verdachtraum gehen denn dort befindet sich jetzt ein Solar System Modell und das müsst ihr jetzt einmal aktivieren aber wie gesagt wartet noch ab schaut erstmal an was ich jetzt hier eigentlich mache denn die Sache ist jetzt ihr müsst euch jetzt irgendwie merken also wenn ihr ein Aufnahmegerät habt dann ist das Ganze von ziemlichem Vorteil aber ansonsten müsst ihr euch irgendwie ganz schnell merken in welcher Reihenfolge jetzt die Planeten aufblicken die leuchten jetzt ziemlich schnell weiß auf und ihr müsst euch jetzt diese Reihenfolge eben merken so und wenn ihr euch jetzt irgendwie die Reihenfolge gemerkt habt ihr könnt das Ganze auch meines Wissens nochmal wiederholen aber glaube ich erst ein bisschen später beziehungsweise auch wenn ihr das fällt dann könnt ihr das Ganze nochmal wiederholen man kann nämlich auch bei dem Schritt failen und das werde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen erzählen wie man failen kann aber wie gesagt wenn ihr jetzt die Reihenfolge wisst bei mir war es nämlich als erstes der Lilanet Planet der aufgeleuchtet ist und der Lilanet der steht eben für den Uranus also das ist der in dem State Rooms beziehungsweise den ich als letztes gerade eben gezeigt habe und zwar dort hinter dieser Pflanze jetzt müsst ihr natürlich oben auf den Himmel mal schauen denn dort befinden sich jetzt überall die ganzen Planeten die sind jetzt nachdem ihr das Solarsystemmodell aktiviert habt überall am Himmel gespawnt und ihr müsst jetzt natürlich den ersten Planeten anschießen der bei euch angezeigt wurde bei mir war es jetzt wie gesagt der Lilaner also Uranus und ihr müsst den jetzt abschießen aber seid darauf gefasst dass ihr immer dann in der Nähe sein müsst wo eben dann auch das passende Symbol zu dem Planeten ist denn der Planet der schwebt dann zu der Titanic hin und zu dem Symbol dorthin also das heißt ihr schießt ihn ab und ich renne dann nämlich nach innen rein und laufe dann dorthin wo sich das Symbol befindet denn dann ist dieser leuchtende weiße Orb eben auch bei diesem Symbol und ihr müsst ihn dann eben aufnehmen mit der Aktionstaste die Sache ist nur das Ganze ist nicht wirklich einfach denn die ganzen Zombies die spawnen dann automatisch dort also ihr könnt einen Zombie am Leben lassen das nützt euch gar nichts denn eine Horde von Zombies spawnen dann automatisch und die wollen dann eben diesen Orb auch haben aber ihr müsst dort eben vor dem Dasein das Ganze aufnehmen und wenn ihr eben aber nicht rechtzeitig dort seid dann ist es eben so der Fall was ihr eben auch gerade eben gesagt habt dass ihr eben failen könnt und das Ganze nochmal wiederholen müsst also das ist beim ersten Mal nicht sehr ärgerlich aber wenn ihr schon 8 Planeten aktiviert habt oder 7 Planeten aktiviert habt und den Orb eingesammelt habt und danach failt dann müsst ihr eben das Ganze nochmal neu machen und nochmal neu das Solarsystem aktivieren und das ist halt ziemlich nervig ja ich werde jetzt mal kurz die ganzen Symbole bei mir durchgehen damit ihr überhaupt wisst welche Farbe die eigentlich haben beziehungsweise vielleicht wissen das einige von euch vielleicht manche nicht aber ich werde trotzdem mal eins in die ganzen Planete durchgehen welche man abschießen muss welches Symbol dazu gehört und wo der eben hinfliegt damit ihr das ungefähr mal wisst aber wie gesagt die Reihenfolge die wird wahrscheinlich bei euch anders sein aber deswegen habe ich auch gemeint schaut erstmal bei mir das ganze Video an bei dem Schritt und macht das Ganze danach nochmal nach und in der Beschreibung wie gesagt findet ihr nochmal die Liste wo eben die passende Farbe zu den passenden Planeten und zu den passenden Symbolen nochmal genau beschrieben ist so als nächstes war dann bei mir der blaue Planet und das ist eben Neptun und Neptun ist der einzige Planet der nicht wirklich oben am Himmel herumschwebt sondern eigentlich eher im Wasser herumtreibt also irgendwo im Wasser kann sich der befinden auch manchmal hinter irgendwelchen Eisbergen ihr seht das Ganze auch hier hier schwimmt er rum und der eben der fliegt dann zu dem Achterdeck-Symbol hin also dorthin wo sich das Symbol in diesen Schwimmreifen befunden hat und da müsst ihr dann wieder hinrennen und dann eben auch diesen leuchtenden Orb wieder einsammeln und danach ist bei mir der braune eben aufgeleuchtet dieser braune Planet bei diesem Solarmodell und da müsst ihr ein bisschen aufpassen dass es eben dieser Planet am Himmel der ziemlich klein ist also den seht ihr jetzt auch hier den Shiseo ab und das ist eben Merkur und Merkur fliegt dann eben zu dem Symbol bei der Post hin oder wo halt sich die Post eben befindet also hier dorthin also als nächstes ist bei mir dann Saturn aufgeleuchtet und naja Saturn sollte natürlich jeder wissen das ist der Planet mit diesem Ring außen dran und Saturn fliegt eben zu dem Symbol bei der Brücke hin danach war es bei mir der dunkelgelbe kleine Planet der ein bisschen näher jetzt hier an der Sonne noch dran ist und zwar das ist Venus und Venus fliegt dann zu der Millionär Suite also dort bei dem Bett dorthin und daraufhin bei mir in der Reihenfolge war dann eben der Mond an der Erde dran also naja die Erde ist dieser blau grüne Planet und daran ist eben der Mond und ich meine der Mond ist eigentlich am ziemlich offensichtlichsten hier zu sehen bei den ganzen Planeten am Himmel und der fliegt natürlich dann zu dem Mondsymbol bei dem Essen oder beim Dining Raum oder beim Speisesaal dorthin bei der großen Treppe und da müsst ihr euch einfach an das Fenster hinstellen da könnt ihr auch den Mond sehen oder auch abschießen und dann fliegt eben dieses weiße Licht auch wieder dorthin also und dann als nächstes war bei mir der rote Planet noch dran das ist Mars und Mars befindet sich dann oben im Boiler Raum und das ist dann im Maschinenraum hinter der Odin Statue bei den Treppen oben wo man sich eben hinlegen musste für das Symbol und da kommt dann eben wieder dieser weiße Orb daraufhin der vorletzte Planet der bei mir aufgeleuchtet ist war dann der orangen große das ist eben Jupiter und Jupiter war dann direkt vor dem Odin Perk auf dem Boden gelegen also da fliegt dann da das Licht hin so und der letzte Planet der ist meines Wissens eigentlich immer dasselbe Planet und zwar die Sonne weil von da aus geht dann eigentlich auch direkt die nächste Aufgabe weiter aber ihr müsst euch dann nämlich dort alle dorthin stellen wo eben das letzte Symbol ist und zwar nehme ich das beim Spawnraum oben drauf denn da benötigt man jetzt nun alle Spieler die in dem Game drin sind das heißt ihr stellt euch schon alle dorthin schießt danach die Sonne ab dann kommt wieder dieses weiße Licht runter zu euch auf die Titanic und danach müssen nämlich jetzt alle Spieler dort die Aktionstaste drücken jetzt ist es so dass überall vor euch Eisblöcke spawnen und ihr müsst diese kaputt schießen es spawnen auch wieder lauter Zombies und alles mögliche spawnen dann auf jeden Fall wieder aber ihr müsst euch jetzt zu dem Artefakt oder zu dem anderen Ende von dem Schiff euch einen Weg bannen das heißt ihr müsst immer wieder die Eisblöcke zerschießen und am besten auch den kürzesten Weg nehmen also einfach geradeaus quer durch das Schiff durch und dann immer wieder die ganze Eisblöcke zerschießen hier ist auch wie gesagt am Anfang schon gesagt hilfreich das Zepter von Ra denn die Schießfunktion die zerstört ziemlich gut die Eisblöcke und deswegen wie gesagt lauft da einfach durch und zerstört die ganzen Eisblöcke und wenn ihr dann ganz am Ende seid fehlt euch nur noch ein Eisblock und den müsst ihr dann auch wieder zerstören und somit habt ihr den Schritt eigentlich auch schon geschafft und jetzt ist er eigentlich schon so weit dass ihr den Bosskampf betreten könnt das heißt ihr müsst euch jetzt nochmal ausrüsten mit Perks mit Waffen und allem möglichen ich würde euch auf jeden Fall die Homunculus empfehlen und auf jeden Fall den Raketenwerfer weil der Raketenwerfer ist sowas von stark gegen den Boss also nehmt das auf jeden Fall mit und danach könnt ihr auch dort dann auch direkt schon den Postkampf am Ende von dem Schiff also das erste was jetzt passieren wird ist dass ihr unter Wasser spawnen werdet oder dorthin teleportiert werdet ihr müsst jetzt nun zu dem Artefakt dorthin schwimmen und jeder Spieler der in dem Spiel ist der muss wieder mit diesem Artefakt interagieren und danach wird man wieder zum Poop Deck zurück teleportiert also dort wo man gerade gespawnt ist daraufhin beginnt so ne kurze Cutscene eben das Odins Auge wird gespawnt und teleportiert herum hier ist es aber so dass der Boss noch keinen Schaden drückt also auch noch keinen Schaden macht sondern es spawnen nur lauter Zombies Boss Zombies und alles mögliche dort die müsst ihr einfach alle töten achtet nur drauf wenn ihr den letzten Zombie tötet dass ihr hinten Max Ammo und auch wieder eben den Schreiner mitnimmt denn sonst ist das einfach hergeschenkt danach wenn ihr alle Zombies getötet habt dann werdet ihr auch schon in den nächsten Bereich teleportiert und zwar in den Maschinenraum da müsst ihr wieder natürlich ein paar Zombies einen Cutter des Zombies Pest Zombies und alles mögliche töten und auch hier wieder nicht vergessen dass ihr eben Max Ammo und den Schreiner wieder mitnimmt und danach werdet ihr nochmal teleportiert und zwar diesmal in den Räumen dort direkt beim Anfangsraum aber hier ist es jetzt so dass ihr ein bisschen aufpassen müsst denn das Auge das spawnt jetzt ab und zu vor diesen Räumen und schießt durch die Gänge hindurch und da solltet ihr nicht unbedingt drinstehen sonst werdet ihr ziemlich gegrillt aber ihr müsst dann in dem Moment wo eben das Auge diesen Schuss macht auch auf das Auge drauf schießen denn genau in dem Moment wo eben das Auge schießt ist es eben so dass das Ganze angereichbar ist und ihr eben auch mit dem Raketenwerfer zum Beispiel drauf schießen müsst und dem Auge Damage drücken müsst wenn ihr dem Auge genügend Schaden gemacht habt ist es so dass ihr dann wieder teleportiert werdet und zwar zu dem Bereich an der Seite von dem Schiff und zwar ist es hier auch wieder eigentlich dasselbe Spiel spawnen wieder Zombies Pest Zombies und alles mögliche und eben das Auge das schießt ab und zu auf euch und in dem Moment wo das Auge auf euch drauf schießt müsst ihr auch wieder auf das Auge drauf schießen damit ihr dem Auge eben Schaden macht ja und wenn man wieder hier auch genügend Schaden gedrückt hat dann ist es so dass man eigentlich in die letzte Phase gekommen ist und zwar ist man dann wieder dort wo das Ganze begonnen hat und zwar ist es aber hier noch so eine kleine Sache die ihr beachten müsst denn sonst habt ihr ziemlich schnell ein Gruppensuizid denn ja dann ist alles und zwar ist es so dass ab und zu das Auge ziemlich laut schreit also es schreit wirklich euch an und in dem Moment macht es so eine Superattacke und auch in dem Moment müsst ihr auf das Auge wieder alles mögliche drauf schießen damit es eben diese Superattacke nicht aushört weil wenn es das Auge schafft dass es diese Attacke aushört werdet ihr alle sofort getötet also da müsst ihr wirklich aufpassen dass ihr da vorher ein Hormonculus werft vielleicht und dann direkt auf das Auge alles mögliche drauf schießt damit es eben diese Attacke nicht aushören kann und ansonsten ist eigentlich auch hier wieder das Spiel genau dasselbe das Spawn immer wieder Zombies ab und zu schießt das Auge wieder so eine normale Strahlenattacke dann müsst ihr wieder auf das Auge drauf schießen und das immer wieder wiederholen und irgendwann wenn ihr genügend wieder Schaden gemacht habt habt ihr das Auge endlich besiegt und ihr habt auch den Bosskampf somit geschafft und somit wünsche ich euch eigentlich erstmal herzlichen Glückwunsch denn ihr habt das E-Sack geschafft und ich hoffe natürlich ich konnte euch dieses E-Sack auch wenn es ein bisschen komplizierter war zu erklären so gut und so einfach wie möglich euch erklären damit ihr das Ganze auch geschafft habt und damit sage ich jetzt einfach nur ich hoffe natürlich euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen bis zum nächsten Mal euer Reaper euer Reaper Untertitelung des ZDF, 2020